Hallo, mein Name ist Thomas Plätzinger und ich lese aus meinem Buch Gentlemen, wir leben am Abgrund. Für dieses Buch bin ich zehn Monate, fast ein Jahr lang, mit einer Profibasketballmannschaft gereist und ich lese aus dem Prolog. Großes Schweigen im Bus nach Bamberg. Alle sind auf ihren Plätzen, alles ist wie immer. Der dicke Micha fährt, dahinter Baldi und Demirel und Coach Katsurin, alle arbeiten und telefonieren. Konsti liest Handke, Bobby schnarcht. Mein Platz ist neben den Wasserkästen. Die Spieler reisen oben im Doppeldecker, kreuz und quer über die Sitze verteilt. Yassin Idbihi mittig zwischen Zeitungsseiten, Süddeutsche, Spiegel, Taz, gleich daneben Schafazik mit Buch. Schulze und Fehmaling diskutieren, Rochester singt vor sich hin, Beach Boys, Rochester singt immer vor sich hin. Steiger schläft auf dem Gang. Der 2,13 Meter Mann Miro Radulica sitzt kerzengerade eingeklemmt zwischen den Liegesesseln, den Blick stoisch nach vorne. Tadia kann nicht stillhalten. Bryce sitzt dort, wo früher Hollis gesessen hat. Jenkins unter Kopfhörern ganz hinten auf der Rückbank, Derek Allen mit den Scouting-Papieren, McElroy in sein Kissen gewickelt. Ganz vorne der Physio, Tommy und der Doc. Alles ist wie immer und gleichzeitig ist alles anders. Heute ist ein perfekter Tag für eine letzte Busfahrt, klar und sauber, die Sonne über allem. Die Route ist wie immer. Siegessäule, Avus, Schkeuditzer Kreuz, Pause an der Autobahn, bergauf, bergab, Bamberg. Es liegt Melancholie in der Luft, aber das würde niemand zugeben. Am Morgen haben ein paar Spieler ihre Schränke im Trainingszentrum geräumt. Duschgel und Kinderbilder, Amulette und löchrige Socken. Der dicke Micha hat die Taschen eingeladen und jeden einzeln begrüßt. Das allerletzte Mal heute, hat er gesagt, danach fahre ich euch nirgendwo mehr hin. Die Saison war lang, die längste in der Geschichte von Alba Berlin. Wir sind seit mehr als zehn Monaten unterwegs. Seit dem Trainingslager in Krainska-Gora in den slowenischen Alpen saßen wir in Bussen, Flugzeugen und Umkleidekabinen. Wir standen an italienischen Buffets, an Gepäckbändern in Moskau. Wir saßen in Quakenbrücker Konferenzräumen, auf Hagener Kabinenbänken, in Cafés an der Peripherie von Sevilla. Wir checkten ein, wir checkten aus. Wir steckten im Schnee und in der Krise. Wir waren in 100 Autobahnraststätten, 30 mitternächtlichen McDonalds, Burger Kings und Subways. Ich sage wir, weil ich die Mannschaft von Alba Berlin seit letztem August begleite. Die Spiele haben Gewichte gehoben, Videos gesehen, Interviews gegeben, sich die Knöchel tapen lassen, Autogramme geschrieben und Wunden geleckt. Ich habe auf meinem Platz in der Kabine gesessen. Ich habe zugesehen, hingehört und mitgeschrieben. Ich habe gegessen, was die Mannschaft gegessen hat. Ich habe Schritt für Schritt, meine Objektivität aufgegeben. Ich war dabei. Die Mannschaft hat in diesen zehn Monaten fast 70 Spiele in der Euroleague-Qualifikation gespielt, Eurocup, Pokal und Bundesliga. Es gab schlimme Niederlagen. Es gab Tränen, Nasenbluten, Sehnenrisse. Diese Saison war eine lange Reise durch schwierige Landschaft. Das frühe Ausscheiden im Eurocup, die verfehlten Erwartungen, bittere Niederlagen, Beschwerdegesichter bei Fans und Journalisten. Der Tiefpunkt war die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte, ein 52 zu 103 Kugelhagel ausgerechnet in der Bamberger Halle.